Hallihallo, hier ist euer Darth Steffen zu einer reinen Halloween-Special-Runde und zwar mit Slender D8-Page. Jawoll! Ich wünsche euch jetzt mal viel Spaß und hoffe auf schön viele Erstreckeffekte. Wir starten mal rein in das Game. Parsec Protections Präsenz Slender T8-Page Fällt ja die 8 Seiten? Naja, wir sollen die alle finden werden. Wie gesagt, äh, ich habe im folgenden Jahr auch schon Slender gespielt als, äh, Halloween-Special, aber da sind die Aufnahmen eigentlich nicht so gut geworden. Dazu mal habe ich sie noch mit, äh, OBS aufgenommen. Jetzt benutze ich zwischen X-Split und einen Gaming-Rechner. Da dürfte das alles besser klappen. Und ich schaue mir mal, ob wir was finden. Ich habe den Füßern bei mir, äh, auf volle Lautstärke, also mir haut es das richtig um die Ohren. Da würde ich noch mal rein hören. No 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 song. Weil ich was sagen, ich muss doch jetzt anfangen zu bummern. so ein bisschen was sieht man ja weil die taschenlampe wird in der zeit leer ich hab jetzt schon kennt er und ich kenne das war schon in ausmich aber trotzdem habe ich kennengelernt naja wird schon werden es heißt ja das länder erschreck ich glaube er ist mehr misch als ich ihn ich habe jetzt schon eine halbe stunde aufgenommen da es jetzt entscheidet fahrt mal in meine video liste von meinem kanal da werdet ihr das sehen da war die alte dreck sau schon was willst du von mir du kleiner dreckskerl da habe ich in ruhe ich hatte doch alles getan ein harmloser wanderer der sich verlaufen hat lassen wir dich nicht weit gut gerade wie er weg da habe ich mich echt verortet dass ich überhaupt nicht verurscht muss probiert mal hier entlang wir machen es mal wieder dunkel wie ihr seht ich habe auch meine kamera war dunkler eingestellt äh kontrast her und sättigung ist sie etwas dunkler das ist mehr das flair hat von hoho ich kann ja auch so machen die nämlich gar nicht mehr bin ich ganz dunkel aber ich glaube das wäre fies da werdet ihr nicht mal sehen wie ich erschreck ich gehe mal hier lang wo bin ich denn jetzt hier so wie nix in der nähe ich renne mal drunter wieder weg weiter ja ich mach mal hier lang vielleicht finde ich mal hier irgendwas in der nähe ich hoffe es ah hier war es noch nicht das sieht noch neu aus so mal schauen ich sehe noch ah hier ist noch einer okay okay viele sagen ja immer nicht in das haus gehen wir sind immer als zuletzt sind in die bude aber aber ich gehe jetzt einfach mal jetzt schon rein ich war ich gehe draußen nochmal scheiß drauf das ist ja eine frau ich nehme ein durch das haus deutsch vor was länder hier drin auftaucht weil hier hat sie so gut wie keine ausweichmöglichkeiten in der scheiß bude daher mal werfen zu ist auch nichts ja ist ja gut mädel überventuliere mal nicht mein gott mein gott überventuliert ja ja jetzt wird es schon besser ja ja du du Packer du ähle kleiner Mist ähle ja sau guck guck du ich dachte er kommt ja gleich mein herr da laufen ja Svendor macht sein namen alle erhe ein nebel auch noch, na toll nebel macht dir noch busriger Svendor du bekommst dich nicht weil das saue wow wau wauw 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 Ok, was? Das Auto ist auch nichts, oder? Nichts, ok, weiter. Weiß Länder ist noch ganz dicht auf dem Ferst. Der Drecksack. Und ich habe ein Gefühl, dass der Nebel immer dichter wird. Wo lang ich jetzt hier? Oder noch mittelmal hier lang? Jetzt sind wir wieder im Haus. Ok, wir gehen doch nicht zurück. Da war das Längdespür. Der Sonne musste ganz dicht hinter mir. So umdrehen sollte ich mich nicht mehr. Das geht schief. Ich bin noch irgendwo wehkrank. Genau hier. Drei hälfte ich da schon mal. Drei Seiten. Da ist das Rohr. Schauen wir mal.